Motorrad erst mal woanders interessiert. Hast du eine neue Spuletti, wa? Ja, meine Stimme. Die Hand ist im Arsch. Das ist so eine der Bumpen. Das ist so eine Ihre Stimme und die Gitarren. Das ist so ein Sieg aus. Das ist so eine Sorge. Als es Drogen geht, ist die Gitarren. Ich habe mein Feuer. Ich kann sagen. Sag sie. Was ist das denn erklärt? Nein, nicht sagen. Nein, nicht sagen. Nein, nicht sagen. Wir wollen es. Ja, genau. So ist es gut. Endlich sehnst du mir! 2 km Bis zum nächsten Mal. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020